Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Nicht, dass Sie glauben, ich zeige Ihnen das Satellitenbild von gestern. Es sah heute von oben wirklich ganz genauso aus wie gestern. Und das bedeutete viel Sonne nach Osten und Nordosten hin, dichte Wolkenfelder im Westen. Über den Osten zogen maximal mal so ein paar lockere Wolkenfelder. An sich aber blieb es dort bei viel Sonne nach Westen hin den ganzen Tag übertrübt. Dort aber recht hohe Temperaturen, feuchte Luft im Nordosten. Und Osten zwar kalt, aber eben trockene Luft. Und dementsprechend wurde es dort sonnig. Luft ist ja eigentlich arktischen Ursprungs, die da im Osten gerade ankommt. Und sie wurde durch die Sonne abgetrocknet. Und dementsprechend konnte man da heute wirklich verbreitet die Sonne genießen. Bei allerdings frischen minus 0,7 Grad als Höchsttemperatur in Guben in Brandenburg. Dafür aber 8 Stunden 27 Minuten Sonne. Brauneberg an der Mosel, 7 Grad. Da blieb man aber den ganzen Tag unter dichten und kompakten Wolkenfeldern. Und ähnlich geht es auch morgen weiter. Über Nordosteuropa immer noch ein Hochdruckgebiet. Das die Fronten so ein bisschen abhält. In den Westen Deutschlands schaffen sie es trotzdem. Dementsprechend dort die meisten Wolken. Und da eine neue Front kommt, wird es auch wieder häufiger nass sein. Jetzt in der Nacht erst einmal nur Wolken. Ab und zu ein bisschen Sprührigen im Westen. Sonst ist es trocken, nur locker bewölkt. Oder sogar sternenklar. Und bei sternenklarem Himmel wird es dann auch bitterkalt. Bis zu minus 13 Grad. Und zwar auch in tiefen Lagen. Nach Süden hin örtlich Glättegefahr und Nebelbildung. Lungglätte vor allen Dingen dort, wo eben die Straßen nass sind, wo der Schnee angetaut ist oder eben sich aufgelöst hat. Und dementsprechend das Ganze gefrieren kann bei Tiefstwerten unter 0 Grad. Im Westen morgen früh meist ein bis 6 Grad. Morgen Vormittag viel Sonne in der Osthälfte. Dichte Wolkenfelder im Westen. Da kommen schon die ersten Vorboten dieser neuen Front, die sich im Laufe des Nachmittags dann noch ein bisschen weiter ausbreiten wird. Und eben auch zum Teil etwas kräftigeren Regen bringt. Je weiter man nach Osten schaut, desto sonniger wird es. Von der Ostsee hinunter bis nach Bayern. Kaum eine Wolke, die unterwegs ist. Dort wird es richtig freundlich und sonnig. Höchsttemperaturen liegen dann da. Auch meist so bei Werten zwischen 2 und maximal 4 Grad. Nach Westen hin sind es 7 bis 9 Grad. Insbesondere den Rhein entlang recht hohe Temperaturen, aber meist knapp unter 10 Grad. Und der Wind kommt überwiegend aus südlichen Richtungen im Mittel mit Windstärke 3 bis 4. An Nord- und Ostsee ist er auch frisch unterwegs. In den nächsten Tagen erstmal noch dichte Wolkenfelder im Westen. Das Frontensystem, das da morgen im Laufe des Tages reinzieht, das verabschiedet sich am Sonntag weiter nach Süden. Im Norden und Osten ist es längere Zeit sonnig. Am Montag dann für alle mehr Sonnenschein, meist trocken und das alles bei Höchsttemperaturen von 4 bis 7 Grad. Die Nacht zum Montag wird etwas kälter. Da liegen die Temperaturen dann meist bei Werten um 0 Grad. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.